Kaum muss ein Kreis gezeichnet werden, schon fehlt das nötige Equipment. Wenn das Ganze dann auch noch frei Hand skizziert werden muss, sieht es oft so aus. Nicht schön, oder? Um einen perfekten Kreis ganz ohne Zirkel hinzubekommen, legen Sie einfach die Innenseite Ihres Handgelenkes aufs Papier. So wird es fixiert. Anschließend drehen Sie das Blatt um die eigene Achse und lassen den Stift darüber gleiten. Für kleinere Kreise wird der Vorgang wiederholt. Hierbei wird die Außenseite des kleinen Fingers verwendet. Etwa so. Mit dieser Technik können Sie in der Schule, Uni oder Arbeit ganz schnell punkten. Vorausgesetzt, Sie verwenden dafür noch Papier und Stift. Denn heutzutage geht so etwas mit dem PC dann doch etwas besser.